Ich grüße euch Kinder Sohls, heiße euch herzlich willkommen. Ich werde euch wieder von Erzthani berichten. Wir befinden uns am Anfang des 49. Jahres seit dem Einsatz unseres ersten Wurmlochantriebs und wir befinden uns in einem Bündnis, im rechtschaffenden Bündnis mit dem Narstate und dem Anathurian Empire und ihrem Protektoratsstaat hier, das Rayop Empire, die einen Krieg gegen die Spuxilaxic Galactic Sovereignty verloren hatten, die Tresco Red Nation ist dabei und wir befinden uns nicht durch unser Zutun, allerdings in einem Krieg mit den SOM Republican Systems und wir sind gerade dabei, eine überlegene Flotte in einen Hinterhalt zu locken, den Uldor. Die müssten da jeden Moment reingesprungen kommen. Konstruktion complete. System Survey complete. Oh, da haben wir es. So, auf der Raumhafen von Solgaon, das ist Figi Saar, hat seine Baureihe beendet. Da können wir also direkt Figi Saar sagen, baut man mal noch ein Schiff. Ja, baut man mal noch ein Kolonieschiff. Wir brauchen ein paar Kolonieschiffe demnächst. Und das Salag-System. Das Salag-System, das muss auch irgendwo hier oben sein. Ja, wurde fertig erforscht, sehr schön. So, und dann springen wir einfach hier rüber. Diesen Teil des Weltraums haben wir jetzt für uns zugänglich gemacht und schauen mal, was wir dort erforschen können. Aber natürlich viel wichtiger für uns. Uldor. Wir werden, ja, diese Flotte hier angreifen. Ich hoffe, die anderen Flotten schwenken hier. Oh ja, die scheinen nicht ausweichen zu wollen. Die scheinen durch... Oh, was passiert hier? Okay. Ja, zeig doch mal. Station. Ach, von hier hinten kommen noch ein paar. Rein, was ist denn hier für eine Flotte? Ach so, das ist so eine Transportflotte. Da versuchen die uns in den Rücken zu fallen. Ist uns im Moment relativ egal, muss ich sagen. Wir vereinigen uns hier und können dann möglichst gleichzeitig hier zuschlagen gegen diese Flotte, während die noch ihre Geschütze hier drüben auf das Transportschiff richten. Der Raumhafen von Davi Alap hat auch seine Baureihe beendet. Ah, sehr schön. Die Softmole ist ins Rantor-System eingeflogen. Ihre Besatzung berichtet, dass sich im Orbit des Sterns tatsächlich ein stelares Objekt befindet, das dem Schreien des Unbeschreiblichen nicht unähnlich ist. Ah, gute Arbeit. Rantor-System. So, dann, ja, schaut euch das doch mal bitte an. Dann werden wir uns diesen Kampf hier weiter anschauen. Also unsere Flotte angeblich unterliegen. Weiß ich nicht. Sehe ich anders. Sind das hier Verbündete? Ach nee, die gehören zum Nars-State. So, auf geht's. Ja, ein riesiges Kuddel-Muddel, wie wir sehen. Und ja, das Kraftgleichgewicht verschiebt sich langsam zu unseren Gunsten. Was haben wir hier fertig gebaut? Ähm, Scherz-System. Ähm. Bergbau-Station. Ähm. Nimslau fängt im Hobbes-System rum. Hier oben? Was machst du denn da? Liebes Konstruktionsschiff. Gannball-In-Woh-Haul. Ja, das ergibt schon Sinn. Aber was machst du hier? Ich hab keine Ahnung. Auf Sapir üben wir Druck aus. Flieg doch mal lieber hier rüber und bauen uns ein paar Bergbau-Stationen. Äh, wir könnten vielleicht, äh, Mineralsteuern und sowas brauchen. So. Wie sieht's aus? Äh, wir haben noch keine Verluste hinnehmen müssen. Eine Schilde runter, ja, ein paar Korvetten angekratzt hier, ein Zerstörer angekratzt. Ja, da haben wir Schiffe verloren. Äh, wie gut ist denn eigentlich unser Admiral hier, frage ich mich gerade. Der Akmaler-Kahnschwamm hat keinen Anführer. Wie kann das denn sein? Moment mal. Moment mal, Leute. Oh Gott, wir haben da keinen. Äh, eifrig. Rekrutierungskosten, nope. Feuerrate plus 10%. Sensorreichweite, egal. Äh, Admiral, äh, Fossalin. Äh, werden wir natürlich hier. Hallöchen. Äh, ich würde gern, ein Anführer zu, können wir nicht mit einem Kampf. Können wir nicht mit einem Kampf. Na gut, äh, ja, dann müssen wir diesen Kampf halt ohne Anführer. Äh. Eine Wahl läuft. Sehr schön. Äh, Bergbaustation in Sinistra fertiggestellt. Ja, das hatte ich natürlich nicht gesehen, dass hier irgendwie, wo ist denn das Sinistra-System hier oben, äh, dass da gar kein Anführer zugeteilt ist. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ah, Dabi gehört inzwischen uns. Da gibt's leider nichts. Hm, dumm gelaufen. Äh, wo können wir denn hier noch was ausbauen? Hier nirgendwo, ne? Dieses System hier, warum haben wir das noch nicht vollständig erforscht? Dafür hätte ich doch auch gerne mal ein Forschungsschiff abgestellt. Ja, äh, liebes Schiffchen, äh, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll gerade. Könnte es natürlich jederzeit nach hier unten kommen, ein bisschen. Zum Beispiel in, äh, Tamana, eine Bergbaustation bauen. Für mehr Energie für diesen Sektor. Da freuen die sich bestimmt drüber. Könnte ich mir vorstellen. Ja, kein Anführer, doof, ne? Richtig doof. Boah, Alter. Wissenschaftler, Gop ist gestorben. No, doch nicht Gop. So, im Gribbon-System. Äh, Wurmlochstation. Ja, die Meldung kommt jetzt erst. Müsste schon längst abgeschlossen gewesen sein. Und ich bin in der total falschen Ecke gerade. Hier drüben natürlich. So, wie sieht es denn hier oben aus? Ist dieser Planet hier schön? Wahrscheinlich schon, ne? Da haben wir auch noch eine Ozeanwelt. Da haben wir eine Ozeanwelt. Da haben wir eine tropische Welt. Da haben wir eine Ozeanwelt. Ähm, ja, Konstruktionsschiff in Gribbon. Äh, wir bräuchten hier irgendwie einen neuen... Ähm... Ähm... Naja, dann ist das vielleicht nicht so das richtige System, um da was zu bauen. Äh, dann vielleicht doch lieber eher hier so. Wo ist denn schon wieder Gribbon, 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 Gribbon? Ja. Warum? Zu wenig... Achso, ja. Na, beweg dich mal hier hin. Das dürfte den alten Befehl abbrechen. So, und dann baue mal da das Ding auf. Ah, hier gibt es auch sowas. Also das muss nichts heißen. Tut das wahrscheinlich auch nicht. Okay, dann können wir das ja doch hier oben bauen. Das müssen wir hier hinbewegen. Und warum noch Station bauen? Okay, gut. Äh, dann machen wir das so. So, und die Gunball. Äh, die können wir schon mal nach... Hier hinbewegen. Soll der nach Uldor kommen. Und dort die Trümmer untersuchen, auf jeden Fall. So, äh, was haben wir hier? Zeitkritisches Projekt, ganz genau. Äh, wie viel haben wir denn verloren? Ich würde gerne mal eine Übersicht sehen hier irgendwie. Ist egal. Wir greifen erstmal hier weiter an. Ich glaube, da sind wir schon direkt im Kampf drin. Wir haben so Größenordnung 5 Schiffe oder sowas verloren, glaube ich. Wir hatten Kampfstatistik. Okay, ähm... Ich erforsche mal dieses Projekt hier. So, gucken wir mal. Äh, von unseren Korvetten hat es einen nicht überlebt. Von den Zerstörern zwei nicht. Ähm, die anderen Schiffe haben alle überlebt, wie es aussieht. Also, zwei Korvetten, einen Zerstörer können wir natürlich nachbauen. Aber der Rest ist größtenteils intakt auch, ne? Also, da, ähm, würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt einfach in die Gegenoffensive hier. Mit dem Akmalakan-Schwarm. Äh, bauen einen Akmalakan-Raumhafen. Äh, die zwei Korvetten einfach nach. Bei Gelegenheit. Und den Zerstörer dann, äh, auch hier wahrscheinlich, denke ich mir. Ach nee, wie viele Zwei-Zerstörer haben wir verloren, oder? Ach so, eine Korvette, zwei Zerstörer. So, um war das. Upp, streichen. So, sehr schön. Ja, diese kleine Flotte hier, um die kann sich irgendjemand anders kümmern. Ist mir gerade total egal. Die ist nicht kriegsentscheidend. So, jetzt kümmern wir uns aber mal um die Besiedlung. In Kullmann-Mock, äh, Beobachtungsposten gebaut. Sehr schön. So. Kolonisierung. Kriegsamt. Äh, wir gucken mal ins System rein. Das ist der einzige hier. Über sich kolonisieren. Äh, irgendwo in, äh, Solgaun. Genau. Haben wir hier ein Schiff. Um zu fliegen. Hm. Ja. Das sieht nicht gut aus. Um nicht zu sagen, das ist ganz schön hässlich. Aber gut, okay, müssen wir mitleben. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier in Wirklichkeit noch ein Schiff haben. Ah, das wird noch gebaut. In Wurzios, das wird auch noch gebaut, ne? Ne. Wir bauen gerade kein Schiff. Warum braucht ihr kein Schiff, Leute? Habt ihr noch eins? Ja, die Gorilp. Ja, die Gorilp. Hier drüben Uran-Tog. Äh, kolonisieren. Ähm, oh Gott. Das sieht ja alles scheiße aus hier. Ähm, hm, hm. Ähm, dieses Feld hier hätte ich gerne. Scheidet aber aus. Na gut, dann nehmen wir halt dieses Feld hier. So, und dann kommen da als nächstes diese Systeme dran, auf jeden Fall. So, und können wir hier drüben noch irgendwas besiedeln? Ich glaube nicht, ne? Äh, hier in der Nähe von Wurzios könnten wir natürlich auch noch Kazoo irgendwie besiedeln. Und, ja, ich glaube noch Kazoo, ne? Ach, und auf Parsax? Am Parsax müssen wir auch schon am Siegeln sein, oder nicht? Na, vielleicht nicht. Also hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen verstärken, unsere Präsenz. Das werden wir auch bei Gelegenheit tun. Äh, nur nicht direkt jetzt sofort. So, von minus 3% auf 2% haben wir das Kriegsergebnis hier geändert. Der Akmala-Kahnschwarm setzt sich in Bewegung. Dauert natürlich ein bisschen. Und wir haben, was haben wir denn fertig? Uh, ausgewählte Genstämme. Ah, sehr schön. Was gibt's da als nächstes? Kolonisierung, tropische Welt. Ja, auf jeden Fall. Äh, das hier wäre auch super geil irgendwie. Aber Kolonisierung, tropische Welt, ja, brauchen wir. Um unsere, ähm, unsere Kolonisierung so ein bisschen zu schließen, ne? Denn damit, äh, rücken zum einen, haben wir hier halt, äh, eine tropische Welt. Also, da können wir das hier so ein bisschen versuchen, hier drüben anzuschließen. Und hier drüben, da hat Xarexis vollkommen recht, ne? Maa, Detta und Asterion. Topsysteme sollten wir auf jeden Fall irgendwie versuchen zu kolonisieren. Ähm. Ne, hier haben wir noch eine tropische Welt, da können wir da endlich diesen Außenposten hier abreißen. Und deswegen sind tropische Welten für uns im Moment so richtig wichtig. Äh, haben wir in Cipollon eigentlich einen Auftrag gegeben? Mal ein Kolonieschiff? Wahrscheinlich noch nicht. Das ist ja unglaublich. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ähm. Ähm, das ist das eine. Und zum Zweiten, ähm, haben wir natürlich hier einen Clayer dann noch irgendwie, ne? Das ist gar nicht so wichtig. Aber hier Shared zum Beispiel. Äh, hier drüben können wir dann auch über, äh, Wilcon, Wilcam, sorry, äh, können wir dann natürlich auch zu Fakt irgendwie eine Verbindung herstellen. Äh, außerdem haben wir dann hier drüben etwas, äh, wo sich, ja, das ist eine achide Welt und eine Tundra-Welt, schade. Also da können wir, ja, aber hier können wir dann auch so die Verbindung herstellen, halt, ne? Wir können uns hier ein bisschen ausbreiten, äh, das anschließend vernünftig. Das ist schon ganz, äh, günstig, weil wir tropische Welten irgendwie besiedeln können. Äh, zumal wir hier oben, glaube ich, auch irgendwo, ja, hier haben wir überall noch so kleine Zwischenwelten, die wir dann halt besiedeln können. Und auf Sapir, ja, ja, wir üben schon Druck aus. Das ist schon gut. Haben wir das System hier eigentlich mit drin, in dem Sektor? Wir gucken mal gerade, Davi, Digo. Äh, da haben wir schon mit drin, angeblich, okay. Gut, äh, Davi, Olymba, haben wir auch alles drin? Ne, da können wir natürlich Davi hier wieder mit reinnehmen, ich meine, es bringt nix, aber wir haben Zeit drin. So, und Davi Avon ist ja, äh, ein Riesensektor. Wollen wir da noch was mit reinbringen? Ja, Silutsch, äh, würde ich gerne mit reinbringen, äh, geht aber noch nicht. So, okay, aber damit, äh, ist das hier natürlich, ne, die Ausbreitung können wir das hier endlich anzapfen. Ähm, und das ist tatsächlich wertvoll für uns, richtig wertvoll. Deswegen, tropische Systeme besiedeln, ja, um jeden Preis. So, hier oben könnten wir auch versuchen, so ein bisschen zu siedeln. Äh, weiß nicht, ob das so günstig ist. Da müssen wir mal gucken, ob hier irgendwie noch was dazwischen ist, ne. Ansonsten fällt es hier wahrscheinlich ein Chescoran Nation einfach. Ein Akkubanz haben wir ja noch. Äh, ein Kolonieschiff. Ich weiß nicht, ob wir da schon das nächste bauen. Ne, tun wir nicht. Aber wir haben auf jeden Fall eins dazu hängen. Die Nimzum, jumm, mhm, haben wir da. So, okay, gut. Also das erstmal dazu, auf jeden Fall. Und jetzt, äh, das Iolam-System. Sialin. Wo bist du? Da oben. Ah, okay. Gut, am System, ja, jetzt nicht so irre spannend, ne. Aber wir haben hier drüben noch. Systeme, die wir durchaus erkunden können. Tja, und jetzt können wir endlich in die Offensive gehen. Kriegstechnisch. Dann können wir das, äh, Hirrm-System angehen. Und da haben wir schon wieder was fertig. Was haben wir da fertig? Das Kaspar-Dien-System, okay. Zeig doch mal her. Ah, hier. Da gucken wir mal. Wie sieht denn die Welt aus? Ja, die ist ganz in Ordnung. Eigentlich, an und für sich. Und ich denke, damit können wir arbeiten. So, zeig doch mal zum Beispiel, ähm, was sich hier so befindet. Ja, ne, vielleicht nehmen wir erstmal die Systeme, die weiter in andere Reiche fallen. Äh, damit wir da vielleicht irgendwie noch ein bisschen äh, die Anomalien wenigstens erforschen können. Wenn es da welche gibt, ne. Oder sehen können, okay, da gibt es eine besiedelbare Welt. Da müssen wir ein bisschen, äh, Gas geben. Äh, weil wir die haben wollen. So, sag bloß in Hirrim, äh, gibt es gar keine Kontakte. Doch, da können wir dir einfach alles so wegknallen. Na, da fangen wir einfach hier der Reihe nach an. Beobachtungsposten, weg damit. Obwohl, den die ganze Infrastruktur so zu zerstören, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen sinnlos. Weiß ich nicht. Aber wir machen es einfach mal. Die anderen Schiffe folgen uns, glaube ich, nicht mehr, ne. Das heißt, wir sind jetzt hier, ja, die machen jetzt ihr eigenes Ding. Ach, ne, doch, die folgen uns. Ja, dann sollten wir aber vielleicht wirklich, wenn die uns noch folgen, äh, hier irgendwie, äh, mal zusehen, dass wir denen die kriegseinscheidenden Planeten, äh, wegnehmen. Ne, wäre vielleicht ganz günstig. Dann, äh, darf der Akmala-Khan-Schwamm mal hier. Wupsi, das war falsch. So, mal hier in den Orbit gehen. Das ist doch eine Wurmlochstation. Warum benutzen wir ihn nicht? Neues Herrschaftsmandat. Äh, Goll. Na toll, der ist natürlich eigentlich, äh, mit einer Forschungsmission betraut gewesen. Was haben wir denn jetzt? Das, ähm, ja, okay, gut. Danke. Ein Orbitalforscher-Mandat wieder. Na gut. So, dann müssen wir erst mal gucken, ähm, Admiral Fursalini. So, erst mal, der Akmala-Khan-Schwamm. Kommt diesen Admiral zugeteilt. Mega wichtig. Ich weiß nicht, wie ich das übersehen konnte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auf jeden Fall, ähm, ja, war das nicht so richtig glorreich, das zu übersehen. Ja gut, äh, Nuvol kann hier ein bisschen Erfahrung sammeln auf diesem Forschungsschiff. Diezerak ist doch bestimmt hier oben, oder? Ja, ist es. Gut, System zu Ende erkunden, bitte. Weitermachen einfach. So, hier, ähm, müssten wir auch ein Schiff haben. Ist das schon dran? Das bewegt sich noch dahin, wie es aussieht. Ja, bewegt sich aber relativ schnell. Ist also durchaus in Ordnung. So, und wir fangen jetzt an hier, kriegsentscheidend. Wir wissen, was zu unternehmen. Oh, 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 was ist hier los? In unserer, äh, unsere Weltraum-Scanner-Matrix auf Solceva hat eine alarmierende Entdeckung gemacht. Ein großer Asteroid befindet sich auf direktem Kollisionskurs mit dem Planeten. Ein Einschlag auf der Oberfläche hatte verheerende Folgen. Ähm, das ist ein schlechtes Omen. Ja, Asteroiden und Paradox-Spiele, beziehungsweise Kometen. Das sind ja sowieso so richtig geil, ne? So, Solceva. Äh, da müssen wir erstmal gucken, wo, wo befindet sich das denn überhaupt? Solceva-System, ähm. So, und da sagst du jetzt, das ist ein Asteroid. Ja, was hat denn der? 6000? Ähm, das ist im Rurios-System. Das ist hier drüben, okay. Okay, da können wir da irgendwie eine kleine Abordnung hinschicken. Ähm, können wir hier Schiffe rauslösen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir, ähm... Ne, ne, wir können die nur halbieren irgendwie. Ich würde die ja super gerne irgendwie, ähm, einzelne Schiffe anwählen und rausziehen. Aber das geht nicht. Äh, hm, Problem. Oh man, das kommt natürlich jetzt ungelegen. Und gerade wollen wir ein bisschen Stress machen. Ja gut, da bleibt uns halt nichts anderes übrig, als die Flotte zu halbieren. Das war total dumm. Ich würde super gerne hier einzelne... Ach so kann ich das aber machen. Ja, okay gut. Äh, dann ziehe ich die... Ähm, ja, alle transferieren, natürlich. Blindere Schiffe alle hier rüber. Äh, die... ...Fregatte auch. So, die Zerstörer. Ja, alle transferieren. Komm hier rüber. Diese Korvetten auch. So, und dann habe ich hier so eine kleine Nebenflotte. Äh, die ich jetzt da drauf ansetzen kann, auf jeden Fall. Ach du Scheiße, von da drüben kommen die reingeschrungen. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob die das schaffen. Ich meine, der bewegt sich jetzt nicht super schnell, ne? Aber trotzdem... ...ist schon nicht so gut. Hm. Okay, der bewegt sich echt, echt langsam. Also, das sollten wir wahrscheinlich, hoffe ich, irgendwie hinbekommen. Warum ist das hier rot eingefärbt? Keine Ahnung. Ach so, wahrscheinlich weil die Angriffsauftrag kamen, ne? So, äh, Forti hat eine neue Stufe erreicht. So, machen wir hier irgendwas? So, schwenken wir jetzt hier in den Orbit ein. Aber wir müssen wahrscheinlich irgendwie eine Landung oder sowas vorbereiten, ne? Äh, wir haben natürlich keine Landeflotte hier dabei. Hä, das ist ja natürlich doof. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wir können irgendwie hier den Planeten nicht angreifen, nicht bombardieren, nichts damit machen. So, Bergbaustation und Clyde und, ähm, Zempeg, äh, Forschungsstation. Die Schiffe haben aber noch zu tun. Okay, gut. Das heißt, wir können uns gerade noch richtig hiermit beschäftigen. Unsere Schiffe machen gar nichts, oder? Doch, die bombardieren. Ja, die bombardieren, okay. Gut, also wir bereiten hier eine Landung vor. Wir haben selber keine Landetruppen. Ich hoffe, unsere Verbündeten bringen Landetruppen mit. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vorhin hatten wir noch Landetruppen, ähm, irgendwo. Jetzt gerade hier. Was habt ihr denn hier für ein Auftrag? Wollt ihr nicht mal hier hochfliegen irgendwie? Bereit für Truppenlandung auf Zupox Obak? Äh, nee, das ist hier wahrscheinlich, ne? Ja, das wäre ganz geil, wenn ihr woanders bereit wärt. Nämlich hier oben. In Höddem. Ja, ansonsten müssen wir den wirklich irgendwie, also wenn wir jetzt nicht landen können, dann müssen wir Landetruppen herstellen. Keine Ahnung. Sind unsere Schiffe schon da? Ja, unsere Schiffe sind schon da. Feuern die schon? Gleich. Ah, der Planet bewegt sich, äh, der Planet, der Asteroid, bewegt sich echt langsam. Also relativ gesehen zum Planeten halt. Echt langsam ist ja im Weltraum immer so eine Aussage, die auf nichts zugrifft eigentlich. Wenn man sich mal überlegt, wie schnell das Weltall zum Beispiel sich ausbreitet. So, da kann man nicht hinspringen. Auch Ribigauer hätte ich natürlich gerne auch. Fällt aber aus, wegen ist es nicht. Hört schon jemand anderem. So, hier drüben werden wir den Uran-Tock-Sektor bilden, denke ich mal. Ah, Ruinam. Ah, wenn uns das hier irgendwie in die Hände fällt. Nam nam nam. Ein lecker Wissen. So, hier alles cool. Okay, gut. Ja, ist in Ordnung. Wir werden mir schon wahrscheinlich sagen, wenn da was passiert. Beziehungsweise, wir können ja auch einfach ein bisschen zugucken. Ach, oder auch nicht mehr. So, was haben wir? Rote Kristallkondensatoren. Okay, Schilde. Yes. Das ist fortschrittliche Railguns. Physikforschung und Ingenieurforschung. Und das Codria-System. Gut, da ist doch schon geblinkt gerade. Ah, ja. Hier, okay. Ja, da gibt es nichts. Okay. Da ist wohl Parabim als nächstes dran. Parabim, Parabam. Ja, ich weiß noch nicht, wie wir hier eine vernünftige Brücke schlagen sollen, irgendwie. Mal gucken. Die gehören hier zusammen, ne? Ach nein, das sind unterschiedliche. Okay, gut. In Ordnung. Aber die Deak of Titan... Achso, ah, okay. Verstehe. Okay, gut. Brauchviel ist neutral. Oh, Torfiel ist neutral. Neh, na gut. Ja, Roshan gehört immer noch der Chescaran Nation. Arrrr. Ist egal. Dafür haben wir Muskida bekommen. Was natürlich sehr viel wertvoller ist. Auf jeden Fall. Ach, Wegmaul gehört auch schon komplett uns her. Tut's aber, glaube ich, schon seit einer Weile, ne? Also da könnten wir mal was ausbauen. Bei Gelegenheit. Ansonsten, ne? Wir fummeln uns hier so ein bisschen an Sapir ran. Und ein Ibra-Kadibra... Ach, Ibra-Kadibra gehört uns schon. Na ja, dann. Da wie Digo. Ihr habt ein neues System bekommen gerade. So, wer ist denn jetzt in Wirklichkeit? Ibloranda. Okay. Gut. Meinetwegen Ibloranda. So, ja. Ne, mehr gibt's nicht. So, und da haben wir natürlich noch in Uldor. Falsche Ecke. Wo will ich denn hin? Hier oben will ich hin. Richtige Ecke. Haben wir natürlich jetzt noch ein Forschungsschiff. Das könnte sich ja mal hier Lastus zum Beispiel angucken. Ne, da betreiben wir einfach hier oben so ein bisschen Erkundung. Ein System, die wir noch nicht so kennen. Medak zum Beispiel auch. Vielleicht finden wir ja da noch was. Irgendwas Interessantes. So, ansonsten, ähm, ja, wir bräuchten Landetruppen. Hier sind Landetruppen. Hier zum Beispiel, was hatten wir von Auftrag? Äh, die sind ja auch im Orbit scheinbar einfach nur. Sportflotte 25. Ja, wir gucken da rum. Äh, ja, aber wir sind ja, äh, relativ ungeeignet irgendwie, um hier, äh, eine Truppenlandung vorzunehmen. Ich hoffe, die kommen, wenn wir hier die planetaren, äh, die planetaren Befestigungen so weit irgendwie reduziert haben, dass seine Landung erstrebenswert ist. System Survey complete. So, gerade wollte ich sagen, das war's für heute und jetzt haben wir hier schon wieder, ähm, 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 Schauler-System. Wo haben wir noch Station? Äh, das ist hier drüben. Das ist ganz hier drüben. Also, da können wir uns jetzt hier zum Beispiel angucken. Hier haben wir eine tropische Welt, hier haben wir eine Ozeanwelt. Also, die können wir jetzt hier in aller Ruhe erkunden. Äh, die Sialin ist auch gerade in Schauler fertig. Hervorragend. Da kann die nämlich direkt hier rüber springen, die Sialin. Da kann sich das mal angucken. Ähm, und die... Finalf. Achso, das ist das Konstruktionsschiff hier. Ja, das könnte ja mal in Hixam, äh, eine Bergbaustation bauen, zum Beispiel. Oh, und natürlich, ähm, sollten wir auch nicht vergessen, auf, ähm, Figgisa, zum Beispiel. Da noch einen Kolonieschrift zu bauen. Achso, die bauen noch. Okay, gut. Ähm, ja, aber gut, da hauen wir gleich das nächste in die Pipeline hier. So, welches System haben wir da noch fertig erkundet? Ich weiß nicht. Podrea-System und Schauler-System. Was ist das? Podrea-System. Ist auch hier oben. Äh, wahrscheinlich hier oben. Okay. Karabinen, äh, Choha. Wer, wer kümmert sich ja um Choha gerade? Wenn sich ja keiner drum kümmert. Ja, dann macht ihr das doch einfach mal. Kümmert euch doch mal. So, okay. Gut, also ich denke, der Plan ist hier erkennbar. Ansonsten war es das für heute. Hochgeschätzte Kinder so jetzt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und lasst euch die Strömung des Universums natürlich immer, immer gewogen sein mögen. Und ihr das maximale Glück habt. Achso, die haben wir hier einfach so zurückgedrängt. In Wallas hatten die ja mal gesiedelt. Da haben jetzt hier noch drei Systeme quasi. Na gut. Es sei ihnen gegönnt. Meinetwegen. Nur die Verbindung hier wurde halt gekappt inzwischen. Weil wir uns da irgendwie aggressiv ausgebreitet haben. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, aber wir haben es gemacht. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.